Unter der Fütterung der Riesen darf natürlich diese Dame nicht fehlen, die sehr prominente, mittlerweile sehr prominente Lasadora Parahybana. Und die soll jetzt auch eine Fauchschabe bekommen, aber wie immer mit unserem ganz speziellen Ritual. So, die Fauchschabe kommt, mal gucken, was sie sagt. Und sie beißt einfach rein. Es ist wie jedes Mal. Und mal gucken, nimmt sie sie, nimmt sie sie. Und sie stülpt sich drüber. Die Zähne werden gefletscht. Man sieht das hier sehr gut. Aber sie kommt nicht so richtig hinterher. Doch, jetzt hat sie sie gebissen. Ja, das ist tatsächlich so. Dieses Mädel ist zwar sehr verfressen, hat aber ihre Phasen. Und von daher habt ihr jetzt mal wieder gesehen, wenn es nicht läuft.